Rettet uns! Wir sitzen in der Falle! Hallo zusammen, ich bin Willy Wonka, das Schoko-Genie! Oh nein, er ist verrückt geworden, hat sie in Schokolade verwandelt! Hm, was für ein appetitlicher Finger! Probieren wir mal! Ich liebe es! Lass sie in Ruhe! Nicht sie weg hier! Oh, war ein heiliger Karamell! Wo wollt ihr denn hin, Kinder? Oh wow, wir sind in einer Schokoladenfabrik! Oh, das ist ja voll cool, das war mein Traum! Hier ist alles aus Schokolade und die Häuser und der Brunnen und sogar die Wände! Ethan, schau mal! Ich hab den Weg nach draußen gefunden, wir müssen raus! Nein, die Tür lässt sich nicht öffnen! Wir brauchen einen anderen Plan! Schau mal, was für ein seltsames Schild! Um rauszukommen, müssen wir eine Tonne wiegen? Lass mal zusammen versuchen! Oh nee, es klappt nicht! Wir sind viel zu dünn! Du weißt, was zu tun ist! Wir müssen schnell was naschen! Je mehr und schneller wir essen, desto schneller kommen wir raus! Ja, schau mal! Ich hab hier Schoko-Eier gefunden! Wir brauchen noch mehr Schokolade! Oh wow, ich liebe M&Ms! Mh, lass uns noch diesen Schoko-Brunnen trinken! Ich kann nicht mehr, ich bin satt! Was? Komm, ich werd das noch schaffen! Oh, ich schaff nicht mehr! Hallo, Kumpel! Ich werd dir gleich aufessen! Ich glaube, ich muss gleich kotzen! Mh, was für ein großer Leckerer M&Ms! Hey, wach auf, Nancy! Wir müssen hier raus, bevor Wonka uns findet! Kann ich aufstehen? Ich bin fast oben! Meine Beine wollen mich nicht mehr halten! Komm, Bonnie, aufstehen! Das ist so schwer! Okay, wir konnten aufstehen, also sind wir schon fast raus! Yeah, wir kommen raus! Oh, was ist das denn? Hey, wir sind noch nicht fertig! Ich krieg euch noch! Öffne die Tür! Nichts wie raus hier! Ich falle! Oh, Mann, schon wieder! Na, wartet! Euch krieg ich noch! Okay, immer schön lächeln! Wie lange sollen wir denn noch fliegen? Oh, mir geht's gut! Und ich bin wieder ich! Nicht mehr fett! Äh, wo ist Ethan? Äh, ich glaube, ich kleb am großen Kaugummi fest! Nancy, kannst du mir bitte helfen, aufzustehen? Was würdest du nur ohne mich machen? Lass mich mal überlegen! Hm, hier ist so eine Art Wegweiser! Wir müssen in die Richtung laufen? Nach oben? Oh, aber das geht doch gar nicht! Wobei, Moment mal! Ich hab ne Idee! Wir haben hier so viel Kaugummi, dass wir einfach ne Blase machen können und wegfliegen! Aber dafür müssen wir schön viel Kaugummi kauen! Ethan, ich möchte, dass du weißt, dass ich überhaupt keinen Appetit habe! Ich tue es nur für dich! Na komm schon, Nancy! Du schaffst das! Ich glaub an dich! Ich werd auch nicht aufgeben! Aber ich kann nicht aufstehen! Pass mal auf, Ethan! Gleich mach ich ne Kaugummi-Blase! Oh, Hauptsache, nicht alleine abzuheben! Hier, bitte, Satan! Oh, danke dir! Oh, halt dich an mir fest! Los geht's! Nein, nein, nein! Warte, warte, warte auf mich! Oh, ich hab dich gefangen! Hurra! Wir sind gerettet! Oh, nein! Wonka, schieß schon wieder! Hey, wo wollt ihr denn hin? Gleich werden wir ihm auch was verpassen! Au, wow! Ich seh Sterne! Yeah, das hat er verdient! Oh, wow! Wo sind wir denn? So viele Leckereien! Wow, Zuckerwatte! Voll cool! Hier ist ne Tür, aber wir können sie schon wieder nicht öffnen! Ich glaube, wir brauchen eine Ente, um sie zu öffnen! Aber wo sollen wir denn ne Ente finden? Was denkst du denn? Hm, ist das köstlich! Ich liebe es! Oh, tut mir leid, Nancy! Ja, wir werden gleich ne Ente finden! Hm, hier ist sie nicht, aber dafür haben wir schön viel Zuckerwatte! Moment mal, Ethan! Hör auf zu essen! Nichts wie weg hier! Oh, wow! Hast du das gesehen? Die Ente ist also irgendwo in dieser Zuckerwatte! Also, das war ein Schokoriegel, das war auch ein Schokoriegel! Und noch ein Schokoriegel! Aber wir werden weitersuchen! Einverstanden! Die Ente muss sicher irgendwo hier sein! Na, was soll das denn? Schon wieder haben wir nichts gefunden! Mann, also, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich jemals traurig sein würde, weil ich Schokoriegel gefunden habe! Ah, ich sehe noch mehr Zuckerwatte! Und noch mehr! Ich sehe auch noch was! Wir haben alles abgenommen! Bitte, 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 ist da die Ente drin? Ja! Hast du das gesehen? Hurra! Das ist die Quietsche Ente, die wir brauchen! Oh nein! Hallöchen! Ah, nicht, sieh weg hier! Er will uns fangen! Lass uns in die andere Richtung rennen! Schneller, schneller, schneller! Ich bin aus der Puste! Habe ich euch gefangen? Nein, bitte, lass uns gehen! Aua! Ja, wir sind schon wieder gerettet! Jetzt müssen wir das Ente einsetzen und wir sind frei! Ethan, nicht sieh weg hier! Mach's gut, Wonka! Aua! Oh nein, diese Tür ist schon wieder eine Falle von Wonka! Alles ist versperrt! Was sollen wir nun tun? Moment mal! Ich sehe hier einen großen Chupa Chups! Mal sehen! Wow, der ist groß genug, um die Bretter zu durchbrechen! Wow, Ethan, du bist ein Genie! Gut gemacht! Willst du auch mal probieren? Ja, ich habe auch einen Chupa Chups! Los geht's, Ethan! Schau mal, es klappt! Yeah, das macht voll viel Spaß! Nur noch ein kleines bisschen! Schauen wir mal! Oh wow, Freiheit! Oh nein! Ethan! Dachtet ihr wohl, ihr könnt einfach so entkommen? Nein, auf keinen Fall! Lass mich gehen! Ich muss sofort was unternehmen! Chupa Chups! Nimm das, blöder Wonka! Mama mia! Ha! Nicht getroffen! Nicht getroffen! Aua! Oh wow! Äh, Leute, nein, bitte tut das nicht! Verwandelt mich nicht in Schokolade! Genau das haben wir vor! Nimm das! Mh, voll die leckere Schokolade! Ja, dieser Willi gefällt mir so viel mehr! Willst du mir die Hand geben? Voll lustig! Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal! Und wir sehen uns dann! Bis bald! Tschüss! 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 Vielen Dank.